Also warte mal, wie muss ich das denn jetzt machen? Du beißt erst ein Stückchen vom Brot ab, dann nimmst du wirklich nur einen Sip von der Cola und dann kaust du das zusammen. So genieße ich das. Und irgendwie musst du jetzt zugeben, es passt. Es ist so wie Brot und Marmelade, es passt irgendwie zusammen. Julia macht gerade einen zweiten Bissen. Ist das dumm. Ich weiß nicht, ob ich es gerade geil finde, weil das Brot einfach wirklich sehr lecker schmeckt. Aber ich finde, das ist gar nicht mehr so süß. Nee, es ist jetzt nicht so wie eine klassische Süßigkeit. Ich finde es gerade total toll, weil es so ein bisschen ist wie so ein Schwamm. Ja, siehste, ich habe es doch gesagt, das hat was. Hä, krass. Das hat seine Daseinsberechtigung. Oh mein Gott, hä, wie cool. Und wenn du das nächste Mal Pizza isst und dann diesen Rand hast und das mit Cola genießt, ich schwöre dir, dein Leben wird sich verändern. Können wir heute Abend Pizza essen? Machen wir.